Bevor wir das Board einsetzen, müssen wir auf der Rückseite noch diese Abdeckung hier unterbringen. Die enthält die Aussparungen für die ganzen Anschlüsse, USB-Kabel und so weiter. Also machen wir auch das. Das geht ganz einfach. Das wird nämlich einfach nur reingesteckt. Und zwar so, dass das Logo hier aufrecht steht. Also einfach reinsetzen, reindrücken. Das schnappt dann ein bisschen ein. Ist noch nicht ganz hundertprozentig fest, aber sollte schon im Gehäuse halten zumindest. Dann brauchen wir diese Elemente, diese goldenen Schrauben hier einerseits. Dann brauchen wir die Schrauben zum Festschrauben. Und da ist jetzt die Frage, welche brauchen wir? Es gibt viele verschiedene, die damit geliefert werden. Und ein Anhaltspunkt ist zum Beispiel einfach die Anzahl. Also das sind acht Schrauben und wir haben einen zweiten Beutel mit ähnlichen Schrauben, aber das sind 32. Also wir brauchen die acht. Dann ist auch noch hilfreich, wenn wir einen Schraubenzieher haben. Und dieses kleine weiße Teil, das ist auch eine Art Schraubenzieher, um diese goldenen Abstandhalter hier dann festzuschrauben. Legen wir das Gehäuse erstmal hin, damit wir dann das Board jetzt einsetzen können. Und beim Einsetzen müssen wir jetzt zunächst mal diese goldenen Schrauben platzieren, und zwar auf alle acht von diesen Löchern, die mit A beschriftet sind. Und dazu nehme ich dieses weiße Schraubwerkzeug. Da passt dann die goldene Schraube hier auch rein, dieser Abstandhalter. Und so kann ich das ganz einfach reinschrauben. So, das Ganze schön festziehen. Und in der Mitte, da haben wir schon einen Pin, der ist fest. Also das hat die gleiche Funktion, aber der ist schon fest mit dem Rückenteil hier verbunden. So, dann alles eventuell nochmal nachziehen. Eventuell auch vorsichtig mit einem Schraubenzieher, sodass diese Abstandsteile hier fest sitzen. Hinten muss man schauen, dass diese Laschen hier jetzt nicht runtergedrückt werden. Also der Ausgang vom Netzwerk, der muss da drunter, unter diese Laschen. Das ist ein bisschen tricky, da muss man das Ganze also einfädeln sozusagen. Setzen wir unser Board ein. Wie gesagt, an der Rückwand schauen, dass die Netzwerkausgänge unter diesen Laschen drunter liegen. So, und das Ganze sollte so ausgerichtet sein, dass die Bohrlöcher in unserem Board hier mit den goldenen Schrauben übereinstimmen, mit diesen goldenen Abstandhaltern. Und da schrauben wir jetzt das Board nämlich dran fest. Hinten auch nochmal schauen, dass alles passt, dass die Anschlüsse alle sauber mit dieser Abdeckung hinten übereinstimmen und dass das jetzt alles richtig sitzt. Dann nehmen wir die schwarzen Schrauben und schrauben das Board auf diese goldenen Abstandshalter drauf. Und befestigen so das Board im Gehäuse. Das sind wieder acht Positionen. Die meisten davon sind ganz gut erreichbar. Das sind alle die hier vorne. Und ein bisschen schwieriger wird es dann um den Lüfterblock hier herum. Also hier sind zwei Schrauben, die sind ein bisschen schwierig zu erreichen. Eventuell hier einfach mit einer Pinzette noch arbeiten und die Schraube dann erstmal grob draufsetzen. Und dann hoffentlich das Ganze einfach festschrauben. Jetzt kommen wir zu den Kabeln. Wir haben hier ein ganzes Bündel an Kabeln, das wir hier vernetzen müssen. Ich mache das erstmal auf. Und auf der Seite 22 im Handbuch, da findest du auch eine Beschreibung, ein Diagramm, wo das Ganze hin muss. Nämlich auf diesem Bereich hier. Jetzt gibt es hier lauter kleine Kabel. Das erste ist hier schon mal das HDD-LED. Also die Festplattenaktivität, die dann über das LED-Licht angezeigt wird. Und ja, keine Ahnung, wie das jetzt da drauf gehört. Es gibt eine Plus- und eine Minusseite. Wenn ich mal beim anderen Kabel schaue, dann ist das weiße Kabel hier das Plus-Kabel. Also das heißt, wenn das einheitlich gemacht ist, dann sollte auch hier bei dem HDD-LED das weiße Kabel das Plus-Kabel sein. Und das muss dann unten auf die Position 1, also auf diesen ersten Pin unten. Und die zweite Seite, die muss auf die Position 3. Das ist rechts daneben. So, dann kommt das Power-LED, also das Licht, wenn der Rechner überhaupt in Betrieb ist. Da hier kommt das Plus-Kabel auf die 2 und das Minus-Kabel auf die 4. Weiter geht es dann mit diesem Kabel hier. Das ist der Reset-Switch, also der Zurücksetzen-Schalter. Und der geht über die 5 und die 7. Und dann haben wir noch den Power-Switch, den normalen Ein-Ausschalter. Der geht auf die 6 und die 8. Da haben wir wieder ein Plus. Und das geht auf die 8. So, der Pin Nummer 9, der bleibt leer. Und auf der Position 10 ist eh nix. So sieht es aus. Dann geht es weiter. Dann haben wir noch zwei USB-Kabel. Das blaue, das ist das USB-3-Kabel. Und das schwarze, das ist das USB-2-Kabel. Und diese beiden müssen jetzt auch noch aufs Board in die entsprechenden Slots. Also das kleine hier auf den kleinen USB-Slots, einen von diesen beiden. Und das große blaue Kabel hier in den großen USB-Slot. Diese Kabel, die passen wieder nur in einer Richtung, weil hier nämlich ein Pin fehlt beim USB-2-Kabel. Stecken wir das erstmal ein. Und beim USB-3-Kabel, da ist so eine Nase hier dran. Das heißt, die kommt in diese Aussparung rein. Das passt also auch nur auf eine Art richtig. Dann haben wir noch unseren Audio-Ausgang. Und unser Audio-Kabel, das passt auch auf den Audio-Slot. Und zwar ebenfalls wieder nur auf eine Art und Weise, weil auch hier wieder ein Pin fehlt. Stecken wir auch das noch in das entsprechend beschriftete Gegenstück hier auf dem Board. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke jetzt auf Abonnieren und zieh dir meine Webseite gamedev-profi.de an. Und da ist das auch ein Pin. Und da ist es, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.